yo was geht meine alle mein leben und und das so hier und ja wir sehen können und hören könnte ich habe mich entschieden dafür dass ich eigentlich meine sprache für videos veränder weil ich eigentlich in deutschland wohnen meistens werden das wissen leute den mich halt kennen ich wohne halt in deutschland und es macht keinen sinn eigentlich dass ich englisch rede wenn ich in deutschland wohnen ich will jetzt eigentlich ein spiel machen und darüber noch reden und euch alles erzählen wie ich drauf kommt und so weil sowieso ich bin halt nicht ein großer youtuber das weiß sowieso und es lohnt sich auch nicht so wirklich dass ich eigentlich auf englisch rede weil das würde auch nicht überall im welt sein natürlich und ich sollte einfach ein bisschen langsam anfangen so einfach auf deutsch zu machen weil ich eigentlich deutsch kann ich viel besser auf viel mehr sagen als englisch weil englisch kann ich ja nicht komplette sprache so auswendig oder so und ich meine normale sprache kenne und weil ich in deutschland wohne ich lebe ja in deutschland ich kann ja deutsch schon ziemlich besser weil ich diese sprache schon lerne und ja ich habe mich einfach halt entschieden dafür dass ich deutsch ab jetzt in meinen streams und in meiner videos rede und ja mal gucken wie es sein wird wenn ich jetzt die sprache mal enden würde also ich mache jetzt nur design spiel machen und ja und ich hatte schon eigentlich vor gehabt dass ich später ein stream mache weil ich aber auch sehen heute ist ein neue update rauskommt und ich will noch diese waffe finden was die neue kommt dieser revolver dieser scoped revolver oder wie das heißt kein plan mehr huis weiter und ich wollte eigentlich singer übermachen weil ich sah ziemlich gut aus nein oh mein ja bin leider gestorben aber ich wollte auch nicht wer weiß für ein video machen das war mehr wie ein informationen video ich wollte euch bescheid sagen und euch lassen zu wissen dass ich eigentlich meine sprache jetzt nicht mehr englisch sein wird und es wird jetzt deutsch sein und weil ich jetzt auf deutsch rennen würde ich würde auch mal gucken weil ich habe auch freunde was ich mir dann gerne zurück ich mache wieder mal gucken mit dem ein paar videos zu machen ist es wird ziemlich und sehr lustig das weiß ich und kann ich euch garantieren immer wo ich mit dem zucker hatte ich immer viel viel spaß gehabt wir haben immer gelacht und so und wenn das euch gefallen würde dass ich meine sprache ende bitte lasst einen daumen nach oben bitte abonniert mich mal für mehr videos und streams aber später ich hoffe später wird ich mal zeit haben dass ich mal live komme und ein bisschen mit euch abhänge bis hoffe ich später bis später hoffe ich sonst ich lasse ich jetzt macht gut alle mein leben